Ungeeigneter Bauplatz. Was darf es sein? Gula. Dieses Gebiet gehört uns. Was haben wir denn da? Hast du schon den Sputnik? Dann kannst du dich schon nach vorne ziehen. Lass sie nicht aus den Augen. Bin dabei. Fliegen wir los. Ah ja. Was? Der Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Neues Einsatzziel. Fahrwerk aktiviert. Aufladen. Sie verdienen keine Gnade. So, unser neues Einsatzziel. Wir müssen die Basis zerstören. Neues Einsatzziel erhalten. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wird gebaut. Funktionieren die Scania? Das wird gesammelt. Wir sind Geschrecken aus der Tiefe. Seht ihr etwas? Eine Einheit wird angegriffen. Hey, hey, hey! Wer sind Sie, Gänst? Wir warten. Alle Waffen bereit machen. Sie sind immer noch da. Unabweilung. Wir werden beschossen. Wo sind diese Würmer? Wo sind diese Würmer? Wir jagen sie. Lass sie nicht aus den Augen hin. Wow, schießen wir aber ziemlich viele Einheiten weg. Okay, Rippzug. Warum? Warum was ist los? Was? Was ist los? Was? Was ist los? Ja, die haben gerade 8 vom 12 Trimblades aufgerieben. Deswegen zieh ich mich jetzt mal für Reparaturen und Nachproduktion kurz zurück. Beziehungsweise, ich warte eigentlich nur, bis meine Dreadnoughts fertig sind. Boah, das ist auch einen ganz kurzen Aussetzer. Bitte? Hat das auch einen ganz kurzen Aussetzer? Nein. Nein. Das ist unser Taggenossen. Das Wasser wird sich roter. Das ist unser Taggenossen. Sie Fahrerpatrioten helfen. Okay, aber meine Dreadnoughts sind so gut. Los geht's. Pass bloß auf die Dreadnoughts da auf. Feind gesichtet. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wenn wir uns jetzt sehen könnten. Eine Einheit wird angegriffen. Niemand widersetzen sich der Union. Unser Verbündeter wird angegriffen. Lass sie nicht aus den Augen. Ja, ich spuck noch große Töne. Dann vermaß ich's. Einheit verloren. Aber meine Dreadnoughts sind so weit. Wir kämpfen bis zur letzten Rakete. Wir werden wir unterenden. Verlichte sich. Statuieren wir ein Exempel. Sprech das letzte Gebet. Eine Einheit wird angegriffen. Wir werden für unsere edle Sache kämpfen. Ich bin bereit. Warte mal, da sind sie. Ja, ich denke mal, die Basis haben wir so schlecht. Einheit verloren. Das ist der verdammte Turm. Ja, okay, diesmal haben sie gewonnen. Aber Freiheit wird am Ende der Sieger heißen. Mit Spazen auf Kanonen schießen. Meine Dreadnoughts haben gerade auf einen Delfin geschossen. Ach ja, ich habe keine Trimblades mehr, verdammt. Das ist unser Tatgenossen. So viel Druck. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Inspektionsraubierers. Bald müssen sie kapitulieren. So da. Du hast nicht zufälligen Ingenieur an der Front, oder? Nein, ich kann aber sofort einen holen. Ich habe ihn gerade fertig und warte ihn gerade mit dem Twinblade. Nein. Ich kann uns erst als Play mit Absaurer, da sind wir auch ein paar Heldentaten vollbringen. Du hast eh die halbe Basis allein ausgeräuchert. Ja. Haha. Lass die Wände stehen. Wir müssen das Teil gleich verteidigen. Ich kenne die Missionen noch alle. Systeme bereit. Hol dir lieber einen Ingen... Eigentlich hättest du dir auch einen Ingenieur holen können. Verdammt. Systeme online. Wir müssen nur einen unserer Feldingenieure in das Labor einschleusen. Feldingenieur. Und dann könnten wir uns hier pumpen. Alter. Du hast jetzt meinen Ingenieur aufgesammelt. Was denn so... Ja, du! Mit welchem? Mit dem ganz rechts unten. Ach Gott. Oh mein Gott. So, schreck dich jetzt bitte nicht. Die Karte wird gleich größer. Unsere Ingenieure brauchen einige Zeit, um die Waffendaten der Alliierten zu entschlüsseln. Sie müssen die Forschungseinrichtung gegen die Angriffe der Alliierten verteidigen. Sie werden alles tun, um die Anlage zurück zu erobern. Die rüsten jetzt groß auf. Vor allem die Luftwaffe, mit denen sie sowieso stark sind. Ich hoffe, du hast eine halbwegs Luftabwehr. Können Schwimple jetzt in die Luft schießen? Nein! Oh! Ich hab nämlich auch nichts. Egal, ich hab gleich zwei... Sie müssen das Labor unbedingt verteidigen. Die Alliierten dürfen es nicht zurück erobern. Kommandant, wir laden Daten einer neuen Waffentechnologie. Die Alliierten... Aber wir bekommen gleich zugeschafft eine neue Einheit. Bis wir die Daten haben. Ja, wir haben sie. Die MIG-Jäger. Sie wurden autorisiert, den Angriff mit MIG-Jägern abzuwehren. MIG-Jäger sind die Luftabwehrwaffe der Sowjets. Ganz wichtig. Ich brauch grad zwei Vierer-Staffeln. Bis die fertig sind, hab ich noch was gegen den Boden ziehen. MIG-Jäger sind die Luftabwehrwaffe der Sowjets. BVERNMAR-PATRIOTEN HELDEN BEREIT FÜR ERKUNDUNGSFLUG BEREIT FÜR ERKUNDUNGSFLUG BEREIT FÜR ERKUNDUNGSFLUG Also ich hab... Kann ich ein Ingenieur immer wieder bei uns reinschicken, um das zu reparieren? Wo? Gebäude zu reparieren? In unserer Gebäude, falls das kaputt geht? Äh, das... Das soll eigentlich nicht kaputt gehen. Boah, falls das beschädigt wird? So... Ich bin noch nie in die... Mein System ist stabil. Wer will mich ärgeren? Wir warten. Die Befälle sind klar. Ich hab hier noch mal ein paar Ingenieure. Ja. Ja, du könntest vorne einen Bunker für deine Infanterie bauen. Ausbildung. Wird gebaut. Wir sichern immer noch... Sie dachten nicht, wir geben einfach auf, oder? Vergessen Sie es, Kumpel. Jetzt wird's heftig für Sie. Feindliche Einheiten entdeckt. Grindekitten autorisiert. Ich bin auch nicht fertig mit Ihnen. Eine Einheit wird angefertigt. Ich jogen. Jawohl. Ich zieh mal kurz meine Trimblades ab. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Oh. Unser Verbündeter wird angegriffen. Drück den Knopf. Wir kommen wirklich von allen Richtungen verdammt. Wir kämpfen nicht weit. Aber gut. Eine Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Einheit verloren. Wir werden sich in Luft hochhalten. Meine Taps, Jungen. Stopp. Haben Sie ein Ziel für mich? Gewichtskritte. Ja. Jawohl. Was darf es sein? Er finde immer, Beute. V4, einsatzbereit. Warte auf Koordinate. Wir bekommen gleich ein paar Super-Einheiten an die Front. Unterbrochen. Abgebrochen. Eine Einheit wird angegriffen. Ihr Lichtskritte scharf. Rekalibrieren. Unser Verbündeter wird angegriffen. Dieses Gebiet gehört uns. Irgendwas gesehen? Ich habe nämlich gerade ein paar V4-Raketenwerfer in Produktion gegeben. Wenn Datentransfer läuft. Wir scheinen auf was Großes gestoßen zu sein. Alle Waffen bereit machen. Gefichtskritte Scherf. Warum sind hinten bei meinen Dreadnought feindliche Einheiten? Egal, ich habe gleich eine Tasche vorne. Du Ingenieur entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Sprech das letzte Gebiet. Heute werden viele sterben. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Die Befälle sind klar. Es ist noch Platz in dem Bunker. Ich bin ziemlich beschädigt. Du hast schon ziemlich viele Bunker verloren, möchte ich nur gesagt haben. Bahn O3. Und nicht. Nein, wann? Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Tasche vor einem 3V4-Raketenwerfer. Oh nein! Ich bin sehr schmarrn. 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 Das ist ein Schmarrn. Criocopter. Feindliche Rehinder entdeckt. Okay, ich muss... Ach, verdammt. Okay, ich muss mal meine Mixer auftanken. Ich habe fast keine Monatierung mehr. Ich bin sehr Goku. Ich bin sehr definiert. Ich bin sehr knall. Ich war nervös. Wir sind in einem Prepare. Noch zu lange. Man muss mich entsorgen. 1941, am 18. Hier Game System. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Wird gebaut. Eine Einheit wird angegriffen. Feindliche Institution entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindliche Institution entdeckt. Ich pflanze da vor einem Presskran hin, dann kannst du deine Einheiten reparieren lassen, wenn du in deiner Nähe bist. Jo. Ich muss meine Dings eben auftanken lassen. Jo. Haben sich selbst alle auch da. Natascha ist fast tot. Jetzt ist sie tot. Das sind der Wille der Sowjetunion. Bau abgeschlossen. Geldpremier bereit. Feind gesichtet. Ha, da sind sie. Datentransfer läuft. Was ist denn da draußen los, ha? Sie verdienen keine Gnade. Ein bisschen Zier ist auch sehr gut. Die Institution ist abgeschlossen. Es geht los.